Hallo, ich möchte dich zu meinem neuen Online-Seminar einladen, das es dir ermöglicht, jenseits von Zeit und Raum, das heißt also auch über Entfernung hinweg, an einem meiner Seminare teilzunehmen. Das ist etwas, was ich oft gehört habe, dass ich das noch nicht anbiete und jetzt in dieser Form kannst du ganz gemütlich von zu Hause aus in den Kontakt gehen, zu den Seelen im Jenseits, im Diesseits, aber auch zu Geistführern und auch deine eigenen medialen Fähigkeiten, deine hellen Sinne, wie hell sehen, hell hören, hell fühlen, hell wissen, ausprobieren in einer ganzen Vielzahl von Übungen und Meditationen.